Chris Martin und der Cotajon Sohn, schon Hochzeit in Planung? Imitiert hier das Leben die Kunst? Als Anna stehe ist der Cotajon Sohn, 28, in 50 Sades Fritt ab dem 8. Februar als wunderschöne Braut im Kino zu bewundern. Die Realität könnte bald sehr ähnlich aussehen, angeblich planen und ihr neuer Freund Chris Martin, 40, schon ihre eigene Hochzeit. Ihre Romanze ist erst wenige Monate alt und in der Öffentlichkeit noch nicht einmal offiziell bestätigt. Dennoch heißt es jetzt, dass und bereits an eine ewige, gemeinsame Zukunft dächten. Für hat sich eine Beziehung noch nie so einfach angefühlt. Er findet, dass sie das coolste Mädchen ist, und hat ihr schon gesagt, dass er sie liebt, so ein Insider gegenüber Radar-Online. Und es kommt sogar noch schöner. Denn offenbar empfindet Melanie Griffith, 60, Tochter ganz genauso. Sie habe ihrem Umfeld schon mitgeteilt, dass der Coldplay-Frontmann der Richtige sei. Sie hat gesagt, dass sie schon über die Möglichkeit geredet haben, im nächsten Jahr zu heiraten. Sie wollen nur erst einmal abwarten, wie es läuft, wenn sie zusammen auf Tour gehen, und wollen nichts überstürzen, plauderte eine Quelle aus dem Nähkästchen. Erst kurz vor Weihnachten wurden und gemeinsam in Paris gesichtet ein Trip, der von den Medien als inoffizielle Bestätigung ihrer noch frischen Liebe gewertet wurde. Und während ihre Fans immer noch auf erste süße Pärchenbilder warten, sollen die Turteltauben im Geheimen längst einige wichtige Schritte weiter sein und sich dauerhaft aneinander binden wollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017